Keine Worte haben Fortschritt! Franz Berlin! Fortschrittspolitik! Sie entfernen sich jetzt bitte, weil die Demonstration ja beendet ist. Sie entfernen sich einfach bitte in kleinen Gruppen. Aufmerksamkeit! 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 Ungefähr eine halbe Stunde lang haben hier wirklich Leute hinter den Polizeiautos, die ich euch mal zeige, die stehen hier in so einer Reihe so eng beieinander und jeweils mit einer Polizistin dahinter, dass du es nicht dadurch schaffst, bis gerade eben. Also das ist wirklich die Ecke hier, an der Leute nicht aus dem Demozug raus konnten, auch wenn sie es wollten. Die einen haben es versucht nach vorne, die anderen haben es gleichzeitig versucht nach hinten. Ich bin hier einmal rumgelaufen und überall waren Leute, die gerne rausgewollt hätten, aber die Polizei hat die klare Ansage gehabt, nein, ihr kommt hier nicht raus. Der Versammlungsleiter selbst hatte zu einer Zwischenkundgebung aufgerufen, Oranienstraße, Adelbertstraße und diese Zwischenkundgebung hat ca. 20 Minuten Zeit in Anspruch genommen. Das hat natürlich zu einem Rückstau geführt und zu einem Stau auch vor der Kottiwache. Zischenkundgebung 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 Zischenkundgebung